ein wunderschönen guten abend heute rund um star citizen heute mit den chiptalk heute kamen wir einen besonderen chiptalk tatsächlich heute machen wir das mal ein bisschen andersrum sonst erzählen wir immer die coolen sachen über die schiffe was wir richtig cool finden an den schiffen heute machen wir das drehen wir das ganze blatt mal rum heute wenden wir das ganze blatt und gucken mal welche schiffe sind mal richtig schlecht welche schiffe sollte man sich wirklich nicht kaufen und was haben sich die entwickler überhaupt dabei gedacht die ingenieure wo sie das schiff entwickelt haben darüber gehen wir heute rein und ihr könnt euch schon mal überlegen wir sind auch mit in der diskussionsrunde drinnen und in einer talkrunde wenn ihr wollt adfaxi reinschreiben die frage gerne stellen was ihr habt gerne auch zu dem thema und ihr könnt euch ja auch schon mal überlegen was ich welche schiff findet ihr richtig stimmen im universum und dann werden wir das auch aufnehmen und auf jeden fall auch darüber reden ja ich habe das nicht ohne grund schon aufgemacht ja hat die hurricane die hurricane ist eins meiner größten opfer geworden tatsächlich weil ich finde die finde die so unglaublich ich finde die so so unglaublich ich finde die ohne worte unglaublich schlecht mir fällt einfach schlechter geht nimmer also also die hurricane also das ist ein ingenieurs leistungs ein schiff was entweder rausgebracht hat also die waren weiß ich nicht was die da genommen haben aber es gibt wirklich nicht nicht ein viel viel schlechtere schiff wie die hurricane was hat sich entweder bloß bei diesem schiff gedacht das schiff ist vermutlich weiß ich ob das im such geplant haben ich habe keine ahnung aber einen positiven aspekt hat es tatsächlich ja richtig es hat tatsächlich einen positiven aspekt die herr die hurricane die hauptbewaffnung ist nicht an den flügeln dran ob das zufall war weiß ich auch nicht zumindest gibt es hier tatsächlich einen positiven aspekt müssen wir mal sehen es gibt wirklich einen positiven aspekt die ist nicht nur schlecht die hurricane wollen wir sie auch mal wieder loben in irgendeiner weise die hauptbewaffnung ist nicht an den flügeln dran ich weiß auch nicht warum an will das nicht gemacht hat aber irgendwie haben sie irgendwas doch richtig gemacht bei der hurricane auch wenn alles andere grottig schlecht ist die ingenieure haben das ding im vollsuft gebaut aber an den seiten deswegen wohl auch nicht auf die idee gekommen die hauptbewaffnung an den flügeln ranzumachen die ihnen dauernd abgeschossen werden also das haben sie auf jeden fall schon mal hingekriegt aber dann mit dem turm ein turm bei ein das interessante ist dass hier einen waffenturm bei einem heavy fighter bei einem beweglichen das ist geil du hast ein boom and zoom raumschiff soll das darstellen ein boom and zoom raumschiff ein schneller agiler fighter soll das sogar noch sein deswegen hast du keine panzerung es ist schnell ist es wendig ist es agil hast du ein turm obendrinne wer baut denn in einen anwendigen agilen fighter ein turm oben rein macht ja gar keinen sinn dann kann er ja gar nicht agil und schnell und flink fliegen weil der turm die ganze zeit verzogen wird und er gar nicht die feuerkraft anwenden kann auf das ziel auf was er geben soll und genau richtig billige module für teures geld ist so reddog wenn du damit überhaupt auskommst mein lieber was habe ich denn noch zu diesen schönen schiff geschrieben genau sondern ein turm mal der mal so richtig gar nicht funktioniert der turm was für ein epic fehl von enville war dieses schiff tatsächlich die hurricane echt die hurricane die kannst du auch nicht mal schön trinken du kannst gar nicht so viel trinken du kannst gar nicht so viel trinken dass die hurricane in irgendeiner weise überhaupt schön wird ja das ist ja gerade das geile genau dann guck dir mal dann guckst du dir die komponenten an und wenn die komponenten irgendwann im spiel sind und die game-mechanik funktioniert und die ändert hat tatsächlich nichts daran power planet s beim heavy fighter guck dir mal die triebwerke an holy shit du hast hier ab einem heavy fighter denn monster turm hat der turm der ist so schwer der da brauchst der energie den zu bewegen der turm selbst der turm der ist ja schon schwer da oben drauf da brauchst du ja schon ein ein power planet s allein um den turm von links nach rechts zu bewegen ja richtig ist ein hit an run schiff ja mehr hit als ran und für wenn du gerne sterben möchtest ist es auch sehr interessanter schiff also ich weiß ich bei der hurricane da kann ich mir überhaupt gar nicht also wenn die werte so bleiben sollten wie sie hier dran sind dann finde ich die hurricane ist einer der schlimmsten schlechtesten schiffe die es gibt das einzige was sie gut gemacht haben an will tatsächlich was sie wirklich sehr gut gemacht haben sie haben die waffen weggenommen von den flügeln und haben sie wirklich an den turm gebaut aber welcher hersteller macht denn sowas ich hätte die hauptbewaffnung an den weil es da jetzt hätte ich auf jeden fall an den weiß ich nicht irgendwo anders hingesetzt oder irgendwie bei der superhorne dass der turm zumindest mit mit gekoppelt ist mit den piloten also macht das ding überhaupt gar keinen sinn finde ich ganz ganz schlimm die hurricane ramtag vielen vielen dank für dafür im zweiten monat dankeschön dafür ramtag vielen vielen dank dafür und die werte also das schlimme ist das geil ist ja bei der bei den werten bei der hurricane die kann man sich einfach nicht schön trinken so viel kannst du gar nicht trinken dass diese werte irgendwie schön werden guck dir mal eine m50 an oder ein anderes schiff selbst noch hundert ein schiff ein anderes schiff zum beispiel gehen wir gehen wir mal einfach mal hier wir nehmen ganz schlechtes schiff ist fast gar nicht militärisch ist es ist kein militärisches schiff es ist aber ein dogfighter in irgendeiner hinsicht und es ist von origin und es ist kein militärisches schiff schildgenerator 2 ist schon mal cool kühler 2 sonst auch überall ist das ist auch okay ist auch kein militärschiff aber selbst das ist ist nicht schlechter okay na gut dann habt ihr wahrscheinlich recht scharren dann bin ich voll bei euch dann habt ihr einen heavy fighter der irgendwie keine vernünftigen komponenten verbaut hat weil da einfach nur s module drin sind du kriegst auch nicht mal jedes jedes heavy schiff hat sonst in irgendeiner weise wenn wir uns die vanguard angucken zum beispiel wenn wir uns das mal so angucken spaß hat die vanguard die hat zum beispiel m module verbaut zack und sogar nicht nur einmal die hat sogar zweimal schildgenerator zweimal power planet die hat computer m und s drinne die hat sogar ein bisschen computer da hat sie auch vernünftige tanks drinne das ist doch fürchterlich das ist die hurricane ist das einer der schlimmsten schiffe die es einfach nur gibt das ist so abgrund schlimm das schiff das kann ich über also ich kann überhaupt auf gar kein anderes schiff mehr motzen wie die hurricane ehrlich gesagt geht einfach nicht alleine das ist über das verstehe ich nicht also was sie sich dabei geplant hat envel ich weiß es einfach nicht ich weiß es nicht das macht nichts das macht nicht scheinen das macht überhaupt gar nichts und wenn es tomaten sind das sind kann ich mir einfach nicht schönreden weil wir hier einfach komponenten drin haben die einfach nicht zum heavy fighter passen so sehe ich das zumindest und ich kann mir auch nicht vorstellen dass es so bleibt dass sie es auch noch anpassen werden am endeffekt aber das schiff ist vom grunde aus einer der schlimmsten schiffe überhaupt finde ich so den lebt denken wir auch gleich weiter zum nächsten envel schiff bei envel baut eigentlich überhaupt gar nichts gut und richtig envel hat es einfach nicht drauf dann kommen wir schon mal schön zu der hornet die hornet ist einfach großartig ist auch ein beispiel ist meisterwerk vom hersteller envel wo sie die hauptbewaffnung an den flügeln ran schrauben wer macht denn sowas wer baut denn bitte schön eine hauptbewaffnung wo du deine hauptbewaffnung an den flügeln dran du fliegst irgendwo gegen kaputt du machst irgendwo die flügel werden so schnell abgeschossen von den gegnern ganz 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 schlimm das ist so schlimm mit den flügeln genau hier hat auch envel komplett versagt wie kommen sie bloß auf die blöde idee die hauptbewaffnung außen an den außen trägerflächen zu installieren ich weiß es nicht und das schlimmste das schlimmste ist sogar den fehler haben sie nochmal gemacht bei der mk2 was ist denn da los ja aber du kannst ja auch abgeschossen werden die flügeln können auch abgeschossen werden und was ist die mk2 haben sie genauso blöd design also envel hatte auch nicht bei der mk2 irgendwie in irgendeiner weise gelernt nein die mk2 haben sie auch wie man so schön sagt envel hat auch da verkackt das ist einfach großartig also weiß ich auch nicht da haben mit der hornet und mit der hurricane angefangen und bei der hornet nicht besser geworden irgendwie so kommt mir das vor wenn wir uns mal die mk2 angucken spaßeshalber die mk2 ist ja die weiterentwicklung von envel quasi von der hornet die mk2 und die mk2 haben sie auch irgendwie weiß ich auch nicht kann man machen ist aber auch irgendwie blöd hier haben wir die hornet mk2 wir gucken uns die mal an warum warum hier draußen warum nicht hier weiter drinne warum verdammt noch mal haben sie hier die hauptbewaffnung angebaut was ist denn das für ein bullshit envel envel könnte das nicht noch mal überdenken und mal überlegen wie ihr das bei der aero gemacht habt bei der aero habt ihr wirklich ein glückstreffer gelandet weiß ich nicht ob da alle nüchtern waren gerade die ganzen ingenieuren die haben wirklich endlich mal die bewaffnung vernünftig angebaut bei der aero weil die aero ist wirklich ein schönes schiff ist ein gutes schiff und da verliert man die bewaffnung bei weitem nicht so schnell aber bei der mk2 haben sie tatsächlich den fehler noch mal gemacht also ganz schlimm lass dich nicht treffen finde ich geil scharren da fliegt halt nirgendswo gegen das ist gar nicht so schlecht scharren ja die hornet sieht auch sehr alt aus oder ja aber ich sie aber selbst dann das haben die den fehler den hat ijes ja auch nicht gemacht ja und bei der aero haben die es gott sei dank irgendwie auf die reihe bekommen dass sie die flügel zumindest von der aero dass sie die zumindest irgendwie so platziert haben dass du die nicht gleich verlierst wenn du deine flügel abgeschossen werden oder wenn du irgendwo außer sie entgegen fliegst sind die flügel nicht gleich weg von der aero für was braucht man überhaupt die flügel nur zu der waffen ich weiß auch nicht also da finde ich das bei ijes besser geregelt wenn wir uns das zum beispiel bei der saver angucken ja der saver da sind die flügel ausgeklappt und wenn du da die flügel abgeschossen werden da hast du auch immer noch waffen dran die waffen sind mehr in der mitte gesetzt hier sind die flügel wenn die weg sind stört das der saver gar nicht und so ist auch die vanguard aufgebaut ganz ganz schlimmes design der aero fliegt und kämpft noch wenn noch einen rumfahren ja richtig genau redduck und redduck du hast recht und da hat anvil irgendwie ein glückstreffer gelandet anvil da waren die ingenieure die hatten lichtblick gehabt die haben weiß ich nicht die haben irgendwie sonne am horizont gesehen mit der aero die sind durch die decke gegangen ja die konnten ihr glück gar nicht fassen die aero ist ein acaso die ist ein gutes schiff auf jeden fall die ist wirklich ein gutes schiff da kann man nichts sagen die gladys ist auch ein geiles schiff ich mach blei beide schiffe sind sehr gut die aero ist auf jeden fall ein sehr sehr schönes schiff können wir ja mal kurz reingucken und die ist auch von anvil und die funktioniert gut wenn deine flügel hier abfallen die flügel sie haben die waffen bewaffnung zumindest ein bisschen reingerutscht du kannst die flügel hochklappen dann sind die waffen immer noch da wo sie sein sollen und wenn zum beispiel die flügel abgeschossen werden hast du immer noch die haupt bewaffnung bei der ja dies ist wirklich ein gutes schiff ein starter schiff weiß ich nicht ist es ein light fighter wenn natürlich bounty hunters machen möchtest du hast kein du hast kein interieur in diesem schiff eigentlich würde ich sagen ist es nicht unbedingt ein starter schiff weil es ein dogfighter schiff ist ein dogfighter schiff als starter schiff immer zu bezeichnen finde ich immer sehr schwierig genau richtig die aero ist super agil weil der kann man auch zu recht sagen genau richtig treffen lassen funktioniert sehr gut genau richtig mein lieber die aero fällt der schaden ach so eine vanguard ist schon zu dick ja richtig genau red dog richtig richtig also die aero ist wirklich ein cooles schiff genauso wie die gladius die finde ich auch sehr cool umgesetzt und die hornet also ganz ehrlich jetzt mal ehrlich gesprochen finde ich das blöd dass sie sie könnten ja wirklich sagen dass sie die waffen ein bisschen rein ziehen das ist ja wirklich blöd dass sie so schnell die hauptbewaffnung verlierst das ist irgendwie das ist irgendwie nicht so doll geregelt bei der hornet aber es soll ja auch eine spaßsendung sein wie gesagt denkt da dran es ist heute ein bisschen spaßig aufgezogen nehmt alles nicht so ernst was ich heute sag anführungszeichen scharien oben anführungszeichen unten ähm kasi mausi wie gesagt nehmt das heute nicht alles so hundertprozentig ernst was ich sag es ist ein funken wahrheit dran aber es ist nicht alles ernst gemeint so dalle also die schiffe also also hurricane geht gar nicht also die hurricane finde ich schon alleine skurril sie als boom and zoom zu bezeichnen ich nehm doch keine hurricane als boom and zoom bin ich bescheuert dann nehm ich ne aris alter was ist die hurricane die hat von für mein verständnis her erstmal ganz ehrlich gesagt wenn wir jetzt wirklich so weit reden wollen die hurricane ist das blödeste kackschiff ever never voll total bescheuertes scheiß humpen pupen ding weil wenn ich wirklich auf boom and zoom gehen will auf irgendwie so eine mechanik aus will dann nehm ich auf jeden fall jetzt wo wir dann ne aris ne aris kann ich alleine fliegen ne aris hat ne richtigen hat ne richtiges fettes projektil hat quasi ne hohe energie lass die sie rausschießen kann und äh ja ist einfach viel geiler gerade wenn du boom and zoom machen willst auf ein größeres schiff wirst du denn da mit der mit der die hurricane und dafür ist die hurricane auch noch trägerlastig das heißt du brauchst bei der du brauchst tatsächlich auch noch rage ja weil ich finde die hurricane die ist so viel am platz und wenn du denn auch die komponente siehst die da verbaut sind auf der hurricane da fällt mir überhaupt gar nichts mehr ein und die die aris hat die hurricane so gesehen voll abgelöst in meinen augen alleine weil die hurricane die hat ja noch nicht mal ein großes projektil drauf du hast bei der hurricane size 4 ist schluss du hast 2 mal size 4 und 4 mal size 3 es ist ne schöne feuerkraft ja du hast wirklich keinen richtigen sag ich mal bam effekt du hast keinen richtigen bam effekt wie zum beispiel bei der aris bei der aris hast du nen richtigen bam effekt weil du ein großes projektil hast wo du eine hohe höhe sag ich mal eine hohe feuer entweder hast du einen hohen energieausstoß mit den eon laser oder du hast du mindestens ein großes fettes projektil womit du eine hohe genetik energie hast wo du dann durch die rüstung durchkommst und das hat alles das kann alles leider die hurricane nicht bieten und dann kommt die hurricane das meine ich ja ich kann es mir einfach nicht schönreden ich kann die hurricane kann ich mir von gottes willen nicht schönreden wenn ich denn noch die komponente sehe mit size s überall denn dann kriege ich das grinsen und frage mich was ist denn das für ein scheiß ding und dann hat das ding auch noch leichte rüstung da ist alles heavy aber da ist nichts heavy an dem schiff also die hurricane ist das schlimmste ding überhaupt das einzige positive wie gesagt bei der hurricane ist dass die bewaffnung nach drinnen ist also oben auf dem turm oder vorne sind am cockpit dass sie träger gestürzt ist weiß ich jetzt nicht sie passt wohl eher in eine idris rein oder passt auch woanders gut rein da passt die aris jetzt nicht unbedingt rein das ist auch okay wenn du natürlich jetzt ein träger gestürztes schiff haben möchtest und boom and zoom sein soll dann könntest du die hurricane du brauchst aber einen zweiten mann das ist auch irgendwie wieder dreck irgendwie also weiß ich nicht also wie ich ich versuche ich merke das ne ihr merkt das glaube ich ich versuche mir die hurricane schön zu reden dann kommt ein anderes schiff und die hurricane ist irgendwie total ja weiß ich nicht es ist irgendwie total unnutz das schiff also es gibt kein schlimmere schiff wie die hurricane irgendwie weil ich weiß nicht was willst du damit machen hat auch kein interieur dann nehme ich doch eher ein schiff mit interieur in der hinsicht oder eben die aris sie hat auch kein interieur und die kannst du alleine super nutzen sie ist dafür damit anfänger auch eine chance haben zu punkten im pvp was mit der hurricane momentan wirst du sogar von der cutlist abgeschossen mit der hurricane ah die terrapin ist eigentlich ganz geil weil die terrapin ist natürlich ein ganz anderes schiff klasse die terrapin ist natürlich ganz interessant weil die die soll ja gar nicht unbedingt eine bewaffnung haben die terrapin ist ja tatsächlich äh die ist ja ein spionage raumschiff die ist ja ein spion die geht ja in richtung spionage und aufklärungs raumschiff die ist ja hat ja eine ganz andere güte und das die terrapin ist ein absolut geiles raumschiff in das was sie kann das einzige was total rain ist und was total bescheuert ist bei der bei der terrapin was totaler humbug ist was der übelste burner kack ist bei der terrapin dass du die panzerplatten weg und weg auf und zu fahren kannst wenn du das in wenn du wenn du das parksystem aktivierst parksystem klick an n die panzerklappen fahren auf park drückst wieder n parksystem wird eingefahren panzerklappen zu also das ist eine game mechanik sache das hat ja nichts mit dem schiff selber zu tun da müsste doch ein bisschen was dran arbeiten dass du die panzerplatten von alleine weg auf und zu fahren kannst aber das funktioniert natürlich grad mit über das sag ich mal über das parksystem mit n und das ist natürlich total albern ja das ist natürlich auch noch interessant übrigens das mit den heavy hitting wippen area jetzt stimmt und tasmanischer einen wunderschönen guten abend wir gehen erstmal weiter in die schiffe ein da haben wir ein paar schiffe die überhaupt total sinnlos sind bei uns gerade im stars und wenn sie wirklich noch mal ein rework benötigen oder eine kleine änderung dass sie wieder vernünftig mithalten können also aber die hurricane also die aris ist ein geiles schiff geworden in der hinsicht wenn man die jetzt miteinander vergleicht ich sag also alleine wenn ihr wenn ihr denkt die hurricane ist ein geiles schiff wenn ihr das wirklich denkt macht mal einfach mal hier den schiff viewer auf den ich hier auf habe hier zum beispiel guckt euch mal die komponenten an guckt euch mal einfach mal die tollen komponenten an dann macht euch mal in der m50 auf oder anfangen ein richtiges anfängerschiff guckt euch da mal die komponenten an und dann versucht mal das grinsen zu verkneifen und dann steht da unten auch noch heavy fighter das ist einfach grandios geil das ist einfach kultig so weiter geht's aber die aeros auf jeden fall ein geiles schiff und genauso wie die gladius auch das sind beides coole schiffe da machst du nix falsch mit auf gar keine weise so nächstes schiff so was haben wir denn noch genau das war die hornet die sie über die wir gerade ein bisschen her gezogen haben mit den waffen außen und in schien ist natürlich auch also schieren das ist ja solche schöne rasse die schieren sage ich mal die haben ja quasi ein abkommen gehabt mit miss also wir sind haben sind ja quasi im waffenstillstand wir sind jetzt auch befreundet mit den schieren und miss hat sich denn auch hat auch mit denen sage ich mal verhandelsvertrag abgeschlossen dass wir mit den handel betreiben so schieren kattual ein lightfighter ohne bewaffnung die shians meint es nur gut mit den menschen und hatten die befürchtung gehabt dass sie uns mit dem schiff selbst verletzen um das risiko zu verringern haben sie einfach die bewaffnung auf ein minimal runtergeschraubt womit die menschen auch spielen dürfen ich das schlimm ist hätte die lore das ist jetzt übertrieben ich weiß das ist wirklich übertrieben aber wenn du die lore durchliest von von den shians und von den menschen das ist gar nicht mal so weit her geholt was ich da geschrieben habe die haben tatsächlich den ganzen shians abgerüstet die haben das ding niedergerüstet und dann haben die es in den export gegeben an die menschen hey danke shians ihr seid so lieb dass ihr uns ein schiff gegeben habt ein lightfighter mit einer noch nicht mal raketen sind da drauf das noch nicht mal raketen auf diesem schiff das schiff ist einfach für nichts zu gebrauchen das schlimmer geht nimmer also wenn wenn du kommt hau ab wenn eine aurora kommt such das weite egal was für ein schiff kommt aber das einzige was eben interessant ist was ich gut finde tatsächlich dass die schians so rangegangen sind an dieser thematik dass sie uns eben selber nicht verletzen dass sie eben so mitfühlend sind dass sie uns eben kein gefährliches handwerk in die hände geben wollten womit wir uns selber verletzen könnten das finde ich natürlich ganz interessant den aspekt und deswegen bin ich auch finde ich das auch cool von den schians dass sie uns so ein weiß ich nicht ein grottiges raumschiff gegeben haben danke dafür hilfe einer aurora ganz schnell weg das kann nicht gut gehen aber dafür ist das schiff schnell unterwegs und kann auch schnell abhauen aber das ist so geil das ding und das auf lightfighter lightfighter das ding geht in die klasse rein naja light ist ja es war mal aber scout ja es sollte eigentlich mehr ein lightfighter reinrutschen tatsächlich aber guck dir mal eine gladius an guck dir mal eine arrow an und dann kommt oder guck dir mal andere lightfighters an guck dir mal eine bakunier an und dann kommt der schian scout ja ja ich hab ja gesagt das wird heute eine andere sendung ich nehme heute die ganzen schiffe dran die wirklich so schlecht momentan sind die müssten wirklich doch mal ein kleines rework bekommen das mit sie irgendwie nutzen später haben doch benutzen sie weil die wenn du dir die santokai anguckst sind sie ist richtig cool die santokai die kennen wir natürlich noch nicht weil sie noch nicht fliegen können aber die santokai ist weiß ich nicht die santokai ist geil also die santokai ist ein richtig richtig geiles schiff was wir da wohl kriegen werden vom also auf den datenblatt her ne da sind auch raketen ohne ende drauf aber die schianz danke nochmal für die kartual dankeschön ihr habt uns verstanden wir werden uns nicht selbst vernichten mit diesen schiff die schießen mit feder ne das waren die das waren die die teverins aber ist ja egal die schianz das waren die fossile so weiter geht's hier lieben weil wir sind ja noch nicht fertig wir haben da noch ein paar interessante schiffe also das schiff ist wirklich es ist einfach grandios also die bewaffnung ist einfach das ist das schiff macht mich und das das ist ein light fighter leute denkt da dran im kopf hurricane wenn wir das noch mal zurückspulen hurricane light fighter also so schlecht meinten die schianz noch nicht mal mit uns wenn wir das mit der hurricane vergleichen hey ist das geil so schlecht ist sie gar nicht von den komponenten her der heavy fighter ist auch nicht viel besser von den komponenten her ist das ja ja ich sage ich ja alien aber dass wir müssen das positive aber auch sehen den aspekt wir müssen wirklich das positive sehen ja dass hier uns eben die verantwortung getragen haben für die menschen und dass sie eben nicht wollen dass wir uns selbst verletzen dass wir uns nicht selber ausrotten dass wir eben ein schiff zum spielen bekommen womit wir noch nicht mal wendels ärgern können in irgendeiner hinsicht so was haben wir noch für einen schönen schiff als nächstes die redline kommt gleich als nächstes da gibt es auch irgendwie nicht viel zu sagen ich war immer ganz kurz ich muss einmal kurz das hier haben wir die redline da kommen wir gleich zu da kommen wir gleich zu ich das die redline gibt es nicht gibt gibt die redline gibt es einfach nicht in gut auch hier haben die schierens ein hohes maß an verantwortung bewiesen und ihre liebe zu der menschheit gezeigt und haben der manufaktur misc viel so viel technik gegeben dass die menschen sich selbst nicht verletzen können böderweise verletzen wir damit auch nicht andere schiffe der wendels kannst machen was du auch willst aber wenn du schiff kriegst damit nicht kaputt danke ihr lieben schierens für diese für diese reichtum an technischen wissen fortschritt und durch genau was habe ich denke danke ihr lieben schierens für den reichtum an technisches wissen fortschritt durch scheiße was was für uns zur verfügung gestellt habt dankeschön für nichts wow wie gesagt also dankeschön schierens dass ihr mit misc ich habe tatsächlich misc ihr habt es tatsächlich geschafft ein hersteller ein jui ja sag ich mein hersteller der menschen komplett übers ohr zu hauen und habt ihr die blödeste technik verkauft womit wir nur mist haben die reliant ist mal so schlecht die reliant alleine der ladevolumen und die die bewaffnung ich habe gedacht das ist ein cooles geiles alien schiff mit alien technologie halt mit hightech sachen drinne und das einzige was wir bekommen ist ein schiff was wo wir nichts mehr totkriegen und wo wir abhauen müssen misc was ist denn los lasst euch doch nicht von den schierens verarschen verdammt nochmal na also ja ich weiß auch nicht also ja ich kann mir da auch nicht schön drehen bei dem ist ehrlich gesagt schwierig warte mal kurz kasi ich lese euch mal gegen meinst du nicht dass manche schiffe von denen setzt noch mal ja auf jeden fall hattori das ist auch nur spaß denn nun gerade hattori ich weiß auch so ein bisschen darauf hin dass sie überarbeitet werden müssen damit auch gleich weil die schiffe einfach nicht gut so sind und auch nicht so gut funktionieren werden wenn der turm wenn der turm der herkules gut funktionieren würde wenn der turm wenn die turme funktionieren würden gut dann wäre die hurricane auch ein geiles schiff mit den komponenten müssen sie auch noch mal überlegen sind auch jetzt nicht so der hit aber ich denke man das wird eh noch kommen das ist natürlich jetzt ein bisschen witzig nur aufgezogen dann sind die besten size 1 schiller momentan muss ich mal gucken ich habe jetzt ich habe doch jetzt nicht alle size 1 schilder im kopf wenn die kasi kannst du aber gerne raushauen wenn du magst mein lieber hau mal raus das weiß ich doch nicht was die besten size 1 schilder jetzt sind aber wenn du das weißt hau gerne raus die kann ich dir oder du guckst gerne bei uns beim discord rein da müsste das theoretisch auch stehen wenn du beim zum discord bis kasi guck mal unter rund um ne ich glaube rund um schiffe und ich glaube schiff und module könntest du das finden ich glaube unter schiffskomponenten und der schiffskomponenten könntest du das finden guck da mal rein da wirst du das wahrscheinlich finden welches momentan das beste sag ich mal das heißt 1 schilder ist muss einfach mal reingucken aber ich glaube das also was habt ihr denn für ein schiff was ihr hast du ja na gut ja gut die cutlass war ich auch überlegen ob ich sie mir noch vornehme die cutlass ist ja gar nicht mal so schlecht in perspektiven wobei die cutlass eigentlich einer der schlechtesten schiffe ist in diesem feld wo sie was sie gerade betritt ehrlich gesagt also ich sie ist ja so gesehen auch das einsteiger schiff sag ich mal in diesem bereich deswegen passt das schon ja dann warum fragst du mich denn quasi denn sagst doch und frag nicht du nase du nasenbär naja ja vielleicht jetzt noch jetzt ist die cutlass ist noch toll aber ich wette mal irgendwann werden die werden ganz ganz viele leute die cutlass nicht mehr so gut finden wenn die ganzen anderen game mechaniken rauskommen macht das macht das sinn der Prospektor auf jeden auf jeden fall zu mieten und zum auf jeden fall T-Koken, auf jeden Fall T-Koken, auf jeden Fall macht das Sinn, weil du kannst mit meinen gerade relativ gut viel Geld verdienen und auch wenn du bei uns auf dem Discord sein solltest kann ich ja mal kurz zeigen, hier findet ihr auch zum Beispiel die Tabelle, wo ihr zum Beispiel Kühler findet oder irgendwelche anderen Sachen, die ihr vielleicht gerade benötigt und die Attribute stehen hier auch da könnt ihr mal gucken, was Kasi gerade meinte welchen Schildgenerator ihr da gerade haben möchtet oder so, also über den Discord findet ihr eigentlich schon relativ viel raus auf jeden Fall Und ich denke mal mit Mining kannst du momentan sogar relativ gut Geld farm, in den Aspekt gesehen wenn du ja zum Beispiel irgendwie einen 30.000er hast oder wenn du irgendwie einen Server abschmiert oder sowas, dann verlierst du deine ganze Fracht nicht wegen dem Mining-Laser, das macht ja nichts, den kannst du ja updaten, also das lohnt auf jeden Fall, also du könntest den Mining-Laser kannst du ja updaten, momentan ist das ja auch so haben die das so gemacht, dass du auch mit dem Helix-Laser ja auch ganz gut große Steine abbauen kannst und das auch mit der Prospektor, wenn du den hast und was ja auch interessant ist, dass momentan wohl der Zeiss 2 und der Zeiss 1 nur auf Weitreiche wohl agieren, also die Zeiss 1 und Zeiss 2 Unterschied bei der Mol ist momentan nur die Auswirkung auf der Reichweite Was hältst du gerade bei den Spielen? Stabilität und sehr gut, also Stabilität ist sehr gut auf jeden Fall, ich finde es relativ stabil, es läuft eigentlich dafür, dass wir das SS-OCS reinbekommen haben, läuft es eigentlich sehr sehr rund und gut finde ich, also durch das SS-OCS hätte ich jetzt mehr Probleme tatsächlich erwartet muss ich ja zugeben habe ich wirklich mehr Probleme erwartet haben wir auch im Hintergrund gehabt tatsächlich, was viele nicht mitbekommen haben weil wir, wir hatten viele 30.000er gehabt das ist richtig, dann haben wir immer noch diese Probleme, dass die zum Teil die, sag ich mal die, sag ich mal die NPCs oder auch wenn du gegen andere kämpfst, dass die so ein bisschen springen oder dass der Pip springt deswegen ist ja auch momentan der Trick mit dem Auto-Aimming zu arbeiten weil du mit dem Auto-Aimming einfach momentan ein bisschen triffst und bis hier, sag ich mal, ein paar Fehler in den kleinen oder auf den Server oder auf den Server gerade Ausgleichs, die auf dem Server sind und das liegt so ein bisschen mit der Tickrate zusammen auf den Server die Tickrate ist tatsächlich ein bisschen zu hoch tatsächlich vom Server und dadurch ist die Server-Performance ein bisschen schlechter Tick, das sind Abfragen die der Server im Hintergrund durchführt und er macht die Abfragen öfter und dadurch wird der Server ein bisschen performanter wird es schwerer, dass er nicht mehr ganz so performant ist und dadurch habt ihr diese dass der Pip manchmal springt dass der NPC manchmal springt aber das ist ja auch schon viel besser geworden das war ja schon mal schlechter am Anfang also ich finde jetzt 3-8-1 eigentlich relativ gut mir macht es Spaß ich kann alles machen ich habe wenig Abstürze also Pirx, ich bin eigentlich ganz zufrieden momentan und man kann ja wie gesagt, es ist noch eine Eifer es ist noch eine frühe Entwicklung, sage ich mal und ist alles okay ja, was weinst du, Tick Hocke, nicht mehr? was weinst du, wegen dem Mining Laser nicht mehr? kannst du noch mal ein bisschen wenn du magst, Ticko ich sage einfach mal Ticko, wenn das okay ist kannst du noch mal gerne die Frage ein bisschen besser spezifizieren dann versuche ich noch mal ein bisschen besser in die Frage einzusteigen ach, gemietete Schiffe kannst du nicht upgraden das stimmt da musst du aufpassen du kannst kein gemietetes Schiff upgraden da hast du voll und ganz recht und das habe ich gerade nicht bedacht bin ich bei dir, Ticko du kannst keine gemieteten Schiffe upgraden finde ich ein bisschen schade ich weiß, jetzt sagen viele es ist realistisch man kann auch ein gemietetes Auto nicht upgraden aber ich rede jetzt mal nicht vom gemietet man kann ja auch sagen, das ist ein Leasingfahrzeug und ein Leasingfahrzeug darfst du auch unbedingt nicht umbauen aber man kann ja vielleicht irgendwas machen wir sind ja auch irgendwo in der Zukunft und es ist ja auch immerhin noch ein Spiel deswegen finde ich das ein bisschen richtig also ich muss sagen, ich finde das nicht gut ich finde auch, wenn du ein Raumschiff mietest in Game, dann solltest du das auch so upgraden können wie du es möchtest, weil es einfach ein Spiel ist gerade deswegen wäre ich dafür also ich bin zumindest dafür also ich finde, wir können ja einfach mal eine Umfrage machen aber ich wäre wirklich dafür, dass man gemietete Sachen tatsächlich upgraden kann eben darauf gesehen dass eben auch dein gemietetes Schiff zum Beispiel eben deine Prospektor auch dafür einsetzen kannst dass du dann auch den Helix Laser raufbekommst ich finde das ehrlich gesagt in diesen Hinsicht ein bisschen blöd weil so gesehen wirst du angefüttert mit der Prospektor und dann kaufst du dir die Prospektor doch im Shop am Ende weil du das Ding nicht umbauen kannst ja oder so, das wäre natürlich auch Tico, bin ich voll bei dir das ist natürlich eine sehr geile Idee Tico, dass du das von vornherein könntest du kannst mehrere Prospektoren mieten das wäre auch eine coole Idee du hast die normale Standard-Prospektor dann hast du eine Prospektor mit einem Upgrade mit einem bestimmten Laser dafür kostet die aber vielleicht ein paar tausend mehr zu mieten das wäre doch eine coole Idee, oder Tico wenn man das so machen würde wenn du mehrere Prospektoren hast du hast eine höhere Auswahl zum Anmieten und sag ich mal, die Prospektoren sind unterschiedlich ausgestattet nein, ich weiß, das geht natürlich auch nicht kriegst du richtig Ärger das war ein bisschen ich weiß das wäre richtig cool, Tico einfach mehrere Prospektoren unterschiedliches Komponenten unterschiedliche Mining Laser das wäre richtig cool, CRG vielleicht machen die das ja auch und dann sind die auch da so wieder ein bisschen raus und dann können die auch sagen okay, die Prospektor kostet 50 oder kostet ein bisschen mehr denn eben weil du den anderen Laser denn drauf hast dann kostet das Ding um 3.000, 4.000 mehr am Tag oder so das wäre auf jeden Fall noch eine coole Idee jetzt war an euch nochmal gefragt habt ihr euch überlegt welches ist das schlimmste Schiff was ihr kennt oder was ihr findet momentan bei CRG das waren meine schlimmsten Schiffe die ich jetzt gerade aufgezählt habe wo ich wirklich kein Gefühl wo ich kein gutes Gefühl habe und die ich momentan richtig schlimm finde nicht nur im Spiel sondern auch auf dem Datenblatt her ja alles klar Tico aber ja beim Line sollte es einen Konfigurator geben oder so Zinto das wäre auch cool dass es direkt einen Konfigurator gibt oh die 890 Jump die 890 Jump ist natürlich speziell ich finde die 890 Jump natürlich jetzt gar nicht mal so schlecht weil sie ist die Retaliator na gut aber warum da müssen wir auch begründen warum ihr Lieben die Katte des Wett ist doch cool aber das ist natürlich eure Geschmackssache weil die 890 Jump die ist ja eigentlich schon geil du hast einen 25 Meter Pool und den braucht einfach mal jeder jeder braucht einen 25 Meter Pool und auf jeden Fall brauchen wir auf jeden Fall brauchen wir auch einen Whirlpool ohne Whirlpool das haben wir keine Grotte mehr aber ohne Whirlpool geht einfach mal gar nichts Achorn jetzt bin ich aber wie 890 Jump und die Starliner Achorn was hast du denn gegen die Starliner bitteschön Paiskes C8 nicht C8X trocken ist klar ja ich finde das ganz interessant die Herold ja die Herold ist irgendwie ja die Herold ist richtig schlecht also wenn wir bei der Herold sind die habe ich jetzt nicht aufgeführt weil die von den Komponenten und zum Ding her gar nicht so schlecht ist aber vom Design her ist die Herold mal richtig richtig schlecht es gibt nichts viel Schlimmeres vom Design her wie die Herold also deswegen nenne ich sie auch immer Herold weil ich finde die einfach ganz schlimm die Herold wir gucken uns mal die Herold an ein Schiff die Herold ein Schiff für kein Mann ein Schiff was keiner haben möchte aber die habt das vorhin auch schon alle gesagt dass die Herold richtig richtig schlecht ist das habt ihr vorhin schon ein paar Mal rausgehauen die Herold ein Schiff ein Mann und die Herold Medium Data Runner oh yeah ähm ja wobei die Daten ja okay ja war ja auch nicht ich weiß auch nicht die Herold also vom Design her finde ich sie richtig 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 schlimm es gibt kein Schiff was hässlicher es gibt es ein Schiff was hässlicher ist also nur vom Aussehen her da hat die Herold doch verloren oder Triebwerk die Herold ist doch richtig richtig schlecht vom Aussehen her also ich die sieht grottig schlimm aus die Herold die sieht wirklich nicht schick aus und das Schlimme ist du kannst so viel trinken wie du willst du kriegst ja einfach nicht 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 irgendwie nicht schön getrunken geht einfach nicht wie hingeschissen ist so ach ja wie hingeschissen ja ein bisschen das sag ich jetzt nicht aber du hast ja schon so ein bisschen recht ja naja es sieht schlimmer aus Mühe drin das sieht schlimmer aus das wird ja sogar noch gut aussehen es sieht aus wie ein Triebwerk mit Koppel sowas sieht noch gut aus da redest du von der F8 also von der Apollo oder sowas eine normale Rakete in der heutigen Zeit ist hübscher wie die Herold mich mal oh das tut mir leid Hattori also ich kann da irgendwie aber das sind natürlich auch Geschmäcke und das ist ja auch gut so dass das unterschiedlich ist fliegt damit mal in die Stratosphäre hey da hast du ein paar Binde das ist überflüssig das ist nicht nur in deinen Augen überflüssig das Ding ist überflüssig das ist ein Fuss von der Reckley ja das könnte man auch denken das lese ich jetzt aber nicht vor das denken uns jetzt mal alle was du geschrieben hast okay kannst du das Radarschiff verwenden welches die das Freund in den Reichweiten dieses Ziel 30 Kilometer weit weg ist ja genau richtig vielen vielen lieben Dank für dein Follow danke dafür Joe Salzer war das richtig hab ich nicht schnell genug gelesen vielen vielen Dank für dein Follow Dankeschön dafür und willkommen bei uns ach jetzt steht das auch noch Joe Salzer war gar nicht so falsch hab ich nur einen Blickwinkel gesehen vielen vielen Dank für dein Follow Dankeschön dass du hier bist und willkommen also heute ja wie gesagt für alle die da sind heute ist das ein bisschen eine lustige Sendung wie gesagt ich wollte das heute mal nicht alles so ernst nehmen und wollte einfach mal fünfe gerade lassen deswegen habe ich heute so ein bisschen über Schiffe hergezogen die mir einfach nicht gefallen und das kann man ja auch mal machen ist sie funktionell aber hätte sie auch nicht anders aussehen können auch wenn sie funktionell ist ich weiß ja ich gebe dir ja recht funktionell ist toll aber funktionell kann auch hübsch sein echt jetzt aber natürlich wie gesagt das ist aber auch Geschmackssache anderen finden das Design vielleicht richtig hübsch gar keine Frage aber was auch wir machen das anders so wenn wir jetzt schon dabei sind fast auf ich werde jetzt mal ein paar Abschlüge durch die Gegend knallen ich bin wirklich wirklich gespannt was dabei rumkommt ihr Lieben muss ich einmal kurz ins Creator Dashboard rein und wir fangen gleich mit der Herold an mit Harald Abstimmung neue Abstimmung Herold Herold wie findest du die Herold Fragezeichen da bin ich mal gespannt so ist die hässlich funktionsfähig das wollen wir auch reinschreiben funktions fähig aber nicht schick aber nicht schick muss sie auch nicht sein aber funktionsfähig finde sie ist ein Traum ist ein Traum geil ich kann das gar nicht ausschreiben ist ein Traum voller cooler Technik voller cooler Technik also ich kann gar nicht so viel schreiben ist ein Traum schreibe ich nur Ov HoaCV auf jeden Fall Karik for the win ne eigentlich nicht hat Tore da ist irgendwas schief gelaufen Vielen, vielen Dank, WorkTV für die 100 Bits, das ist echt lieb von dir, ist ein Traum, das lasse ich einfach mal so stehen Dann bin ich mal gespannt, Umfrage beginnen jetzt So, aber tut mir leid, bei der Umfrage werde ich auch mit abstimmen, ich finde das einfach cool Das ist einfach so Ich werde gespannt, los, go, 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 go Wow, ist die hässlich Oh, ist ein Traum, wow, ist die hässlich Funktionsfähig, aber nicht schön Das hat er nicht genommen, leider, aber nicht schön Also, aber funktionsfähig nimmt keiner, ne? Es nimmt keiner funktionsfähig Hattori, du bist für die Funktion da, jetzt los, komm, eine Abstimmung für die Funktion Kann auch nicht angehen Ja, danke Du hast gesagt, die Funktionen sind toll Oh Gott, ist es ein Traum Ist das euer Ernst? Jungs, das ist ja unglaublich Das sind ja hier wahre Abgründe gerade Die sich hier aufmachen Presi Dankeschön dafür Und du hast gerade, wie cool ist das denn Du hast gerade drei Emotes geschürt Dankeschön dafür Danke Das hat er nicht gesagt Das hat er nicht gesagt Vielen, vielen Dank für die 300, mein Lieber Und, oh, das ist ein Traum Es führt, es ist ein Traum Ist so Also, mehr positive Stimmen Negative Stimmen Ein Traum, ja, aber ein Albtraum Ja, dann Stimmen dafür ab Los jetzt Nur, dass die Ingame nicht so schnell ist, wie sie aussieht Sprich, ja, große Triebwerke, aber nichts dahinter Hast du recht, Hattori Das kommt auch noch dazu Sie ist noch nicht mal gut Ingame Sie funktioniert noch nicht mal gut Und ihr stimmt für sie Manu, ey Kann doch nicht sein Oh, wei, 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 wei Das wird ein Sieg, tatsächlich ein Träumchen Ein Träumchen wird wahr für die Herold Ich glaub's nicht Ein Träumchen funken Ein Lichtblick für die Herold ist aufgegangen Es ist ein Traum Ich kann's nicht glauben Ne, warte, abbrechen Ergebnis anzeigen Und jetzt muss ich euch Jetzt ist das euer Ernst, Leute Ist das ein Ernst Oder wolltet ihr mich triggern? War das ernst gemeint Oder wolltet ihr mich ärgern? So ein hässliches Kackta-Erst Ist das euer Ernst Oder wolltet ihr den Faxi ärgern? Ich nehm euch das nicht ab Ich weiß nicht Ich nehm euch das echt nicht ab Ein Albturm ist auch ein Traum, oder? Ach toll Warum nehm ich euch das Ergebnis nicht ab? Ich hab da irgendwie Irgendwie hab ich das Gefühl Ich nehm mich grad nicht ernst Manwey So, jetzt machen wir die Abstimmung nochmal Mit meinem schlimmsten Schiff Was ich ganz schlimm finde mit der Herold Strolch hier einen wunderschönen Schön, dass du auch da bist Schön, dass du auch da bist Das wären wir jetzt auch nochmal Ich mach das mal weg wieder Neue Abstimmung Jetzt, das machen wir eine Abstimmung Mit der Hurricane Ist sie ein Traum oder ein Albtraum? So, Umfrage gestartet Und los geht's Für die Hurricane Ja, cool Geht gleich richtig zur Sache Sie ist einfach ein Albtraum Also Die Hurricane Also Ich weiß nicht Ne, das mach ich nicht Dirk Da kann ich nur verlieren Dirk Bei der Abstimmung Kann ich wirklich nur verlieren Das mach ich jetzt nicht Die kann man Die kann eigentlich nur jeder Streamer verlieren Was ja auch okay ist Da macht man sich natürlich Ja einen Joke draus Nein Ich meine ja nicht wunderschön Ob sie gut funktioniert So gesehen Schön ist sie Also die Hurricane Ist wirklich ein schönes Schiff Also vom Design her Ist sie wirklich ein cooles Schiff Also ich sag ja nicht Dass sie hässlich ist Die Hurricane Ist einfach Nur total schlecht Weil ich finde Sie wird einfach Den Heavy Fighter Nicht gerecht Die Hurricane Wird einfach nicht Den Heavy Fighter So richtig gerecht Weil Alleine Zeig mal Ein Heavy Fighter Mit diesen Komponenten Also Da fängt das Problem schon an Du kannst ja hier noch Nicht mal Laserwaffen Aufbauen Das Bild ist schon Allein im Fake Ja supi Aber da nimmst du doch Keine Hurricane mit Da kannst du Was willst du denn da Was willst du denn machen Mit dem Schiff Gegen großes Ziel Wie klein sollen Das große Ziel darstellen Du kommst Das Ding hat mal gerade Size 4 Die hat noch nicht mal Size 5 Point Das heißt du kannst Beim großen Ziel Noch nicht mal Wirklich Schaden anrichten Weil das Ding Einfach unterbewaffnet Ist in der Hinsicht Unterbewaffnet In der Hinsicht Dass du Den BAM Effekt hast Dass du auch Durch die Dass du eine hohe Energie hast Oder dass du Eine hohe Genetische Energie Verursachen kannst Dass du überhaupt Irgendwo durchkommst Da kannst du noch So viele Türme dran haben Mit Size 3 Oder noch so viele Frontbewaffnung Mit Size 4 Wenn du nicht Irgendwie ein Size 5 Oder ein Size 6 Point dran hast Oder ein Size 7 Ich würde immer eine Aris vorziehen Ist ein Traum Ich glaub's nicht Ich glaub es nicht Was ist denn los Jungs Das ist doch auch Wieder getriggert Ihr sollt mich Nicht triggern Leute Ja Libby Die ist nicht gegen Große Ziele Gegen welche Ja sie ist gegen Gar keine Ziele Die kannst du Nehmen Gegen Constellation Kannst du sie Wahrscheinlich einsetzen Constellation Caterpillar Stufferer Vielleicht noch Da ist sie vielleicht Zuhause so ein bisschen Aber ein schwieriges Schiff Diese Abstimmung Werde ich euch auch zeigen Das Ergebnis Aber mit einem Weinenden Herzen Ihr Lieben Mit einem Weinenden Herzen Zeig ich euch Diese Abstimmung Sag ich euch Echt jetzt Ist so ne Aber 14 und 12 Guck mal Zumindest hatte ich 14 zu 12 Es geht ja Aber es ist eigentlich Still Also man könnte so Sagen Man könnte sagen Das ist Gleichstand Oder Wollen wir uns auf Gleichstand einigen